Boah, wie viele Kills habe ich denn jetzt gerade gemacht? Ich weiß gar nicht. Tausend. Zehn Millionen! It's over 9000! Jawohl! It's over 9000! Live! Taf, Leute! Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jump League mit der Vendetta. Allöchen! Und ich verkack natürlich erstmal die Ansage, weil die Runde so schnell losgegangen ist. Nein, verzeiht mir. Das war meine Schuld. Ja, nicht wirklich. Ja doch, ich bin nur reingegangen, wo es drei Sekunden später losging. Ja gut, egal. Passt schon. Also ja, wir hatten auch eine Folge bei ihr aufgenommen und ich hab's vorher gecallt, dass ich in ihrer Runde wieder übel abgehe und in der Runde jetzt wahrscheinlich richtig scheiße bin. Ja. Also wir werden's sehen. Schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei, dass ich, ja, dann seht ihr meine coole Runde. Genau. Wer hat's glaubt? Das Geile ist, man darf ja eigentlich oder kann gar nicht die Kisten im Flug aufmachen, ne? Nur beim Hochspringen. Ja, ich hab's grad irgendwie trotzdem geschafft. Hab ne Hose rausgenommen und die hab ich jetzt nicht. Die ist jetzt weg. Okay, geil. Das ist geil. Ja, also du kannst nicht, wenn du fällst, also beim Weg nach unten, beim Hochfliegen quasi noch, beim Springen, das geht. Okay. Ja gut. Da kann ich öfter mal Kisten, wo ich noch gar nicht bin eigentlich. Hauptsache die Kiste hat man halt. Ja, du kennst natürlich wieder die Tricks hier. Ja, natürlich. Wenn wir am Hacken. Ich hab jetzt übrigens zwei Sticks, ne? Ja, jetzt wieder. Jetzt krieg ich aber keine zwei Diamanten. Ja. Ja, weißt du, jetzt hab ich richtig gute Sachen und bin richtig gut dabei, ne? Das ist immer so bei uns, ne? Die Aufnahmen sind immer umgedreht. Ja. Also wer mich Fan sehen will, der sollte bei mir vorbeisehen. Wer Quantum Guts erleben will, ebenfalls. Und andersrum. Ja, okay, dann müsste ich's in meiner eigenen Aufnahmen sagen. Ja gut, das stimmt. Die Kiste. Ach, guck mal. Einen Diamanten haben wir schon. Ja, ja. Vielleicht läuft's ja doch. Ihr Diamanten? Nein, was hat man gesagt? Zehn. Ich bin ein Chessplate und ein Schwert. Ach so, ja. Hm, genau. Ach, ich bin ein Erster. Mensch. Ja, ja. Wie kommt denn das schon wieder? Ja, Fails und so. Ja. Und nicht Fails. Das ist hier die Frage. Aber ich wollte cool sein und hab zweimal versucht, durch nur Laufen und Springen das so zu machen. Und hab zweimal verkackt. Nicht richtig. Dabei nimmst du gar nicht auf. Ja. Du brauchst doch nicht cool sein. Doch, immer. Immer, immer. Das ist mein Lebensstil, Quantum. Mein Lebensstil ist cool sein. Alles klar. Sexy natürlich auch und scharf. Also das ist natürlich ein Burst Insider mit dem scharf sein. Oh ja, wundervolles Projekt. Hm. Genau, wird wahrscheinlich auch irgendwann mal eine zweite Staffel kommen in, je nachdem wie langer Zeit, wissen wir ja jetzt noch nicht. War aber auf jeden Fall geil. Und dann kann ich dich wieder schön töten. Haltest du mir doch noch unter die Nase. Ja. You are bad from the server. Das wär's. Ja, 20 Sekunden fast nur noch. Das wird hier nichts mehr. Ich zieh mich schon mal aus und an. Ja, was jetzt entscheide ich? Ja, beides. Aber nacheinander und so. Hast du schon Steinschwert? Ja, ja. Das hab ich alles. Also von daher läuft's. Ja, 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 ja. Das sagen sie immer und das ist Quatsch. Ja, ja, ja. Okay. Ich bin am Wasser. Ich auch irgendwo. Ich bin auf dem Schiff. Ich seh dich. Hi. Ah ja, cool. Oh, hier ist einer gespawnt. Okay. Ja, okay, aber inkompetent. Gut. Und jetzt muss ich hier kämpfen. Ja, ich bin direkt unter dir. Wenn du willst, kannst du hier einfach runtertauchen. Ich bin da, wo der Eingang ist. Da musst du hintauchen. Ich sneak auch nicht. Ja, ich töte hier ein paar schöne Leute. Bin im Spinnennetz. Alles klar. Scheiße. In dem Sinne sind sie nicht hässlich. Scheiße. Nein. Okay. Ach Gott. Nein, und ich falle hier auch noch in die Lava und sterbe. Ah. Ich hole den Bogen nie wieder. Ja, 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 ja. Ich bin sogar am Land gestorben. Aber auf der Mittelinsel ging grad heftig was ab. Hm. Den können wir auch lieber den Halt rank holen. Das stimmt mir nicht. Okay, gut. Ja, wäre auch irgendwie ironisch. Ja, schon so ein bisschen. Boah, wie viele Kills hab ich denn jetzt grad gemacht? Ich weiß gar nicht. Tausend. Zehn Millionen. It's over 9000. Jawohl. It's over 9000. Oh, ja. Komm, hier. Dich auch noch. Ah, du hängst schön fest. Ah, scheiße. Wo bist du denn überhaupt? Hinter dir. Ich versuch dich gerade hin zu angeln. Ah ja, okay. Irgendwer angelt mich weg. So. Euch kriegen wir doch noch hier. Ah, jetzt hat er Low Ground. Aber. Ah, scheiße. Ich hab nicht mehr viel. So, den einen hab ich mir unter Wasser grad geholt und geangelt. Der hier dürfte nicht mehr viel haben. Aber er angelt schön. Lol, der eine ist voll in mein TNT reingepustet worden und ist jetzt tot. Haha. Nice. Ja, die haben ja auch so ihre eigenen Probleme. Ja, die stauben einfach alle ab. Apfel, yay. Ja, nichts Sinnvolles da drin. Okay, guck mal, hier ist der Heidrank. Heidrank, jawohl. Warte, hier ist dieses zweite Wasserding und hier unten sind Lianen, wo du durchschwimmst. Richtig Matrix. Okay. Und hier unten lang. Da kannst du das Feuer, Feuer ausmachen und dann schwimmst du hier so rüber. und springst und stirbst nicht. Ach, ach so. Stirbst nicht, aber nur mit Glück. In der Kiste steht dann hier Do you dare und dann hast du einen Heidrank. Okay, gut. Kann ich dir schenken. Ja, erstmal wieder hier rauskommen. Ja, das ist ein anderes Problem. Ja, genau. Aber gut, dass ich es jetzt zumindest weiß. Ach, da oben. Komm ich hier irgendwie hoch? Ja, Melonen. Hier. Okay. Ach, der ist Afkar. Ach so, ja gut. Take that, take that. Mein Kühl, mein Kühl. Ey. Ja, ich hab hier ein Haar. Äh. Ah, der hat auch wieder nichts Sinnvolles. Schade. Da, da hinten sind beide. Ist das ein Team? Sieht so aus, ne? Wenn wir die letzten vier sind. Wir sind ein Team, die stehen nebeneinander, ohne was zu machen. Ja. Ich will hier ein Spinnnetz drauf platzieren, damit sie hier nicht rüberkommen. Haben die mich überhaupt gesehen von der Seite? Ich glaub nicht. Guck mal, sie geht auch nicht. Jetzt. Lol, was kämpfst du denn? Ja, ich hab doch noch ein Leben zu verlieren. Ist doch gut. Einen hab ich. Ja, du. Ja, easy. Baaat. Hab ich überhaupt? Ja, die Eisenschuhe kann ich gebrauchen. Ups. Ich hänge scheiße, die Mitte, geh weg. Du, Wichser, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt hab ich mir noch nicht auf die Zeit geachtet. Egal, ich hatte Kills. Ja, da war alle Tode und Kills an mich. Ah. Das war so klar, die Mitte, die macht mich immer kaputt. Die war richtig gemein. Boah, ich war im Wasser, ich hing da so und ich dachte, scheiße, du bist über Land doch viel schneller. Da musst du nur einmal weiter abspringen. Ja. Tja. Ah, das war jetzt tragisch. Aber okay, ich würde sagen, wir haben es wieder geschafft. Deine Runde ist bei mir besser, meine ist bei dir besser. Ja. Ja, so muss es sein. Es ist immer dasselbe bei uns, ey. Ja gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Wenn nicht, dann nicht. Schaut auf jeden Fall bei Vendetta vorbei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Ciao, ciao.